Ja, wir sind jetzt sozusagen ein bisschen in der Zukunft. Ich bin gestern Abend angekommen, habe mir in der Dämmerung einen Schlafplatz gesucht, habe alles aufgebaut und so weiter und so fort. Und bis 22 Uhr abends war auch kein Problem, aber dann ging es los. Sturm, Schneeregen, Schneesturm, alles immer wieder abwechselnd die ganze Nacht durch. Ich habe wenn immer nur kurzzeitig geschlafen am Stück. Und es kam von allen Seiten, überall. Dann hatte ich mein Biwaksack gerade offen, weil ich noch gutes Wetter in Erinnerung hatte, weil ich hatte ja meinen Platz aufgebaut während guten Wetters. Und dann ist mir eine kleine Schneelawine in den Biwaksack reingerollt. Ich habe möglichst viel rausgeholt, aber trotzdem dann Wasser in meinem Biwaksack gehabt, ziemlich viel sogar. Ja, und bis morgens war das immer nur ein Kampf und der ganze Sturm und Regen, und sonst was hielt bis 10.30 Uhr an. Also ich lag die ganze Zeit einfach nur eingekauert. Zum Glück habe ich den Defense 6 mitgenommen. Der hält das ganz gut aus. Ich habe heute morgen nicht filmen können, weil über Nacht meine ganzen Action Cam Akkus sind entladen. Ich habe es jetzt gerade erst geschafft, die wieder aufzuladen. Deshalb kann ich ja nicht mit euch reden. Ich habe ein bisschen versucht, mit dem Handy zu filmen. Das schiebe ich euch hier mal kurz ein. Moin Moin Leute. Ich bin hier im Winter Wunder Survival Biwak Land gelandet. Ich habe jetzt gerade mal keinen Regen, Piss Regen, Schnee Regen, was auch immer, wie man das nennen will. Und der Sturm hat sich auch gelegt. Ich lag eben bis 10.30 Uhr, glaube ich, nur im Schlagstag, weil ich nicht raus konnte. Es war zu heftig alles. Ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter zu wandern. Alle Batterien meiner Action Cam haben sich über Nacht entladen. Das heißt, ich konnte noch nichts drehen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich suche erst mal eine Hütte, wo ich das aufladen kann. Und ich muss unbedingt ein Feuer machen, denn sonst, alle meine Sachen sind nass. Alles. Der Schnee ist überall mit dem Sturm reingekrochen, wo es nur irgendwie ging. Und ja, ich wünsche euch einen entspannten Dienstag. Mummelt euch für mich in der Decke ein, trinkt einen Glühwein mit oder was auch immer. Wir sehen uns. Oh Mann, Leute, da ja die Akkusmanation Cam aus ist, versuche ich ein bisschen für euch mit dem Handy zu filmen. Ja, das hier ist der Weg. Zumindest das, was man davon erkennt. Und hier sind überall ungestürzte Bäume. Man muss immer wieder ausweichen. Da vorne auch schon. Die ganzen Bäume brechen und der Schnee lässt zusammen. Ja, und ich stapfe hier durch den Schnee. Mir ist zwar jetzt mega warm, trotzdem ist noch alles nass. Ja, mal gucken. Also meine Stimmung ist an sich ganz gut, muss ich sagen. Ich finde das cool, so hier mit den Naturkräften sozusagen, mich zu messen und richtig was zu machen. Und richtig Anstrengung, ja. Aber ich brauche dann schon eine Hütte. Also wenn ich noch eine Nacht draußen pennen soll, dann müssen entweder meine Sachen wieder trocken werden oder eine Hütte zum drin übernachten. Und auch für das Trockenwerden brauche ich eine Hütte. Also brauche ich in dem Fall eine Hütte. Dann bin ich ein bisschen weitergewandert noch heute Morgen. Ich habe mir echt kurzzeitig überlegt, na, brichst du jetzt ab, weil du so nass auf Knochen bist. Ja, habe dann aber gesagt, du versuchst jetzt mit Batonen an trockenes Holz zu kommen und mit dem Hobo alles ein bisschen zu trocknen, wenn du eine Schutzhütte findest. Ja, also nochmal so mit Biwaksack draußen würde gerade nicht gehen, weil das kriege ich nicht mehr trocken. Aber ich habe eine kleine Schutzhütte gefunden. Guck mal da drüben. Die habe ich mir auch schon abgedeckt ein bisschen, ja. Das ist mehr so Privatsphäre-mäßig, also viel hilft das nicht. Vielleicht ein, zwei Grad oder so, ja. Und jetzt werde ich gleich erstmal die oberste Priorität hat, den Schlafsack trocken zu kriegen, weil das wäre schon die halbe Miete, weil dann kann ich zumindest die Nacht noch angenehm halbwegs verbringen. Ja, alles kriege ich auf gar keinen Fall trocken. Dann werde ich noch gucken, dass ich noch ein frisches T-Shirt trocken kriege oder das, was ich an habe, je nachdem, was weniger nass ist sozusagen, mir die Daunenjacke überziehen und mir dann versuchen, einen angenehmen, hübschen Abend zu machen hier. Aber eigentlich geht das ganz gut bis jetzt, ja. Ein paar Stücke Geheimzutat haben mir sehr geholfen und ja, zeige ich euch mal das Holz, das ich gemacht habe. Hier habe ich mir dann jetzt ein bisschen Holz vorbereitet und ja, ich weiß nicht, ob man sieht, aber der Schlafsack ist auf jeden Fall gut feucht, auch teilweise von innen. Ja, das muss hoch von Schierke zum Brocken, habe mir da einen Platz gesucht. Man hat auch gesehen, da ist keine Sau sonst nankgekommen beim Hexenstieg. Also ein paar Füße ist den Weg auch vorher lang gegangen, den ich dann gegangen bin. Wahrscheinlich der Förster. Also relativ alleine hier an der Kreuzung an der Schutzhütte kommen jetzt schon nochmal ab und zu ein paar Leute vorbei. Nicht viele, aber so pro Stunde kommt mal einer vorbei. Ja, gucken wir mal. Ja, das heißt, ich will hier heute noch das zweite Mal dann draußen schlafen und dann morgen noch ein bisschen wandern und ich denke dann morgen Abend wieder den Bus zurücknehmen. Dann war ich zwei Tage unterwegs. Das reicht mir, weil ich hatte am Anfang ja vor, den Harzer Hexenstieg zu Ende zu laufen bis nach Thale. Das schaffe ich aber bei dem Schnee einfach gar nicht, ja. Und auch bei den Wetterbedingungen. Ich kann ja teilweise stundenlang nicht wandern, vor allen Dingen heute Morgen, weil ja die ganze Zeit Sturm war. Geht halt einfach nicht. Da muss ich mich dem Wetter fügen und sozusagen ein, ja, klein, mehr stationäres Winterbiwak draus machen. Aber, ja, sozusagen im Kampf mit der Natur, da habe ich Bock drauf. Das macht mir Spaß. Musik 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 jetzt habe ich grundlegend hier kommt gerade wieder ein bisschen wind rein grundlegend erstmal schlafsack getrocknet ein langes unterziehheld getrocknet und solche geschichten habe mich ein bisschen umgezogen ja mir ist jetzt deutlich gemütlicher meine stimmung ist auch wieder ein bisschen gehoben also eigentlich alles gut wieder ja es ist eine richtige kleine herausforderung so bei sturm und schneeregen und so draußen unterwegs zu sein das mit dem tarp hat so halb gut geklappt ja ich werde gucken ob das daran liegt dass ich tarps noch nicht so gut abspannen kann ob das einfach an dem platz gestern lag oder sonst irgendwas da werde ich aber im resümee noch mal dann mir gedanken drum machen ja ja und jetzt gucke ich mal später machen vielleicht noch einen tee er können noch ein bisschen hier drum die natur und dann nehme ich euch doch mal mit und dann würde ich mal sagen auf euch so im schnee eis und kälte ich hoffe man hört mich gerade auch der fluss ist sehr laut das schon was schönes der fluss hier ist nämlich besonders schön da vorne geht er dann noch weiter lang begleitet sozusagen den weg darunter diese down unterziehjacken die haben schon erstaunlich gutes isolationsverhältnis solange sie nicht nass werden also man echt sagen ein mega kleines pack maß und dann am besten in wasserdichten pack sack packen und dann abends oder wenn die anderen sachen nass sind oder so wie ich gerade einfach drunter ziehen oder halt außen drum ziehen weil ich muss sagen mein hemd und meine andere trekkingjacke die sind bis auf den grund nass also komplett und jetzt fällt mir jetzt gar noch etwas ein was ich noch mal erwähnen wollte jetzt ist mein gepäck auch ungefähr gefühlt fünf kilo schwerer und das meine ich nicht aus spaß also das kommt bestimmt an drei kilo extra gewicht oder so ran nur wegen dem scheiß wasser das habe ich richtig gemerkt beim wandern vorhin also das ist schon das ist schon übel ja und jetzt stellt sich natürlich die frage was macht man ja jetzt geht es wieder los aber ich muss sagen jetzt ist der tag relativ friedlich ja seitdem es ein bisschen aufgehört hat wahrscheinlich war das so das begrüßungs unwetter für mich ja 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 so typisch ich schiebe den termin harz zwei wochen vor mir her bzw ich schiebe den nicht her ich musste ihn mehrmals verschieben wegen anderen termin und dann genau an dem tag an dem ich ankomme ist die ganze nacht durch und den morgensturm schnee regen und alles mögliche war wieder klar aber ich nehme es mit humor ich habe jetzt hier die kleine schutzhütte gefunden und man mir richtig entspannt ein bisschen abschalten ja wunderbar ein kleines lager habe ich mittlerweile auch aufgebaut ja hier schon mal die isomatte drunter gelegt ja dies übrigens top also ich muss immer wieder sagen es erstaunt mich wie gut die ist für so wenig geld ja schaumstoff isomatte top habe ich auch letztens im flotten 3 empfohlen und kann ich nur immer wieder bestätigen ja jetzt habe ich den hier schön hingelegt ja ist innen hauptsächlich trocken aber immer noch nicht perfekt hier seht ihr übrigens das bertrand futter habe ich jetzt schon drei sorten ausprobiert vanille blaubeere und apfel muss sagen granatapfel finde ich bis jetzt am geilsten und bis jetzt habe ich keine beschwerden von wegen nicht leicht zu machen oder gibt mir nicht genug energie oder sonst irgendwas also alles top bis jetzt kann ich meckern und deshalb durchaus praktisch man muss nicht kochen man muss es nur zu sehr zurecht kippen und dann zurecht schütteln und dann funktioniert das auch also ist ich glaube ich würde nicht damit hauptsächlich wieder auf trekking gehen ja ich habe zwar noch ein bisschen schokolade dabei aber das ist halt mein haupt essen einfach der abwechslung wegen ja weil es schon schön ist sich abends mal ein paar würstchen zu machen oder sowas aber so ein zwei von den dingern werde ich bestimmt ab jetzt auf jede längere trekking tour mitnehmen einfach weil sie praktisch sind nicht viel wiegen eine vollwertige mahlzeit für 500 gramm sind für den ganzen tag ja also ein so ein beutel wiegt ja knapp 500 gramm und der hält ja für den ganzen tag nüsse halten sind ja viel gemahlene nüsse und sowas drin und wir wissen ja nüsse sind das beste auto essen dass es überhaupt nur gibt so langsam wird es dunkler aber was heißt ja aber meine stimmung hat sich mittlerweile deutlich gehoben muss ich sagen mir ist jetzt zwar nicht pudel warm aber mir ist ausreichend warm ich habe alles da der schlafsack ist halbwegs trocken so dass ich vernünftig drin schlafen kann später ja mein handy ist wieder aufgeladen sich krass ne bei winter wie schnell sich akkus und sowas entladen meine power banker die ich glaube was hatte sie 20.000 milliampere hat da habe ich jetzt einmal mein handy aufgeladen das war nur drei viertel also nicht ganz und zwei action cam akkus das macht zusammen knapp 5000 milliampere ist jetzt schon zur hälfte alle das heißt ja der winter hat mir mal eben 5000 milliampere geklaut soll mich jetzt nicht weiter stören weil ich bin ja nicht mega lange unterwegs das heißt das reicht alles aber ja hätte gewusst wie anfällig die action cam akkus sind vor allem das ist mir so noch nie passiert dass die wirklich so entladen waren dann bei der nacht ja das ist mir ein rätsel also ich glaube ich muss mal qualitativ hochwertige neue action cam akkus kaufen ja auch größere da geht ja mittlerweile mehr mehr energie rein mehr mehr speicherplatz wollte ich fast sagen aber das ist das falsche wort weil das ärgert mich richtig ja dass ich den heutigen morgen nicht nicht drauf habe obwohl ich auch sagen muss ich selbst wenn voll aufgeladen und so gewesen wäre ich glaube ich hätte nicht heute morgen gefilmt weil aber ich viel zu sehr damit beschäftigt mein tab nach zu spannen hier was zu retten vorm schneesturm und dieses und jenes zu machen und meine stimmung auch viel zu sehr am boden als dass ich glaube ich groß gefilmt hätte wenn ich ehrlich sein soll also ich glaube nicht dass das viel geworden wäre deshalb ist es jetzt so wie es ist ja ich filme hier noch meine kleine winter biwak tour nach dem survival erlebnis und morgen ist ja auch noch ein tag die in der hütte ist es mittlerweile schon recht dunkel also fast finster weil da kaum noch nicht rein kommt hier draußen ist noch licht aber das ist ja so im schnee auch wenn ich gestern raus geguckt habe nachts ja selbst um vier uhr morgens ja ich war um vier morgens wach weil mich der schneesturm immer wieder aufgeweckt hat ist hell im prinzip kann es ja trotzdem paar meter weit gucken ist ja gar kein problem das ist halt echt das geile am schnee ich muss sagen da kommen natürlich ein bisschen erinnerungen hoch zur ersten westwick tour die also schief gegangen ist ja wo ich dann auch so demotiviert war aber ganz ehrlich ich habe super gute laune ich bin deutlich erfahrener was unwetter mittlerweile angeht ich habe deutlich bessere ausrüstung mittlerweile bzw bessere ausrüstung für die jeweilige situation mittlerweile ja ich kann auch mit sowas ein bisschen besser umgehen und ich bin einfach grundlegend entspannter also ich freue mich richtig dass hier bin richtig winter wunder schneelandschaft ich bin teilweise ja nicht überall aber teilweise wirklich bis zu den knien und weiter reingesackt in schnee also richtig so fack und dann war ich weg aber der auszug hat sich gelohnt muss ich sagen ich bin richtig glücklich vor allen dingen ich sehe das erste mal jetzt im jahr schnee weil in norddeutschland hat es noch kein einziges mal auch nur ansatzweise geschneit schneit da kommt schon wieder winde schlag mich doch nicht böser baum man hört es immer wieder meine hände frieren auch ein bisschen ab da habt ihr auf jeden fall recht denn einige von euch haben in den kommentaren geschrieben unter meinem auslösungsvideo zu dieser tour dir fehlen noch und ja ihr habt recht mir fehlen handschuhe ich habe zwar richtig dicke wollige leder handschuhe aber die sind mir zu schade um sie auf auto tour mitzunehmen weil die sind eigentlich fast so was wie aus die handschuhe ja und ansonsten nur so ganz dünne arbeitshandschuhe ich muss mir noch mal was dazwischen besorgen vielleicht hat da ja einer von euch ein tipp das wäre sehr geil was es da so gibt dann können wir uns aber ein bisschen austauschen und dann hole ich mir die auf jeden fall ja stopp stopp ach ich freue mich einfach über den schnee ganz ehrlich ich weiß ja autofahrer hassen ganz oft schnee ich finde einfach total geil ja und wie das immer aussieht wie so ein winter wunderland zuckerguss gemälde der himmel nimmt auch so eine leicht rötliche färbung an das finde ich einfach wunderbar aber nur ganz leicht rötlich wir wissen ja rot ist ja eigentlich lichtbrechung in abgasen deshalb ist das ja über den na sag schnell über den städten immer so doll ja jetzt wird meine rechte hand aber langsam kalte ja und dann gucken wir mal wie das so wird so wenn man in den wald reinschaut ist es schon richtig dunkel kann man da meine hütte meine kleine ist auch voll zugeschnitten aber ich sehe schon das bild krisselt schon ein bisschen aber das soll uns ja nicht stören auf einer outdoor tour ja ich habe nun mal nicht die möglichkeiten auf eine trekking tour in den bergen lichtscheinwerfer und spezial lichtblenden blablabla mitzunehmen damit das bild perfekt ist deshalb auf tour nehme ich immer meine action cam und wenn ich was mit ausrüstung filme oder auch viel bei der bushcraft tour da filme ich dann immer mit der spiegelreflex da ist das bild dann einfach schöner mehr kontrast und so weiter ansonsten wünsche ich euch eine gute nacht oder ich melde mich später nochmal moin moin na alles klar bei euch ich bin gerade aufgewacht die nacht war wieder mega stürmisch also von überall geräusche die plane ist ständig rum geflattert einmal sogar rausgerissen aber insgesamt passt schon nicht so schlimm wie die gestrige nacht und ja jetzt frühstücke ich noch ein bisschen dann pack ich langsam zusammen und mache mich auf meine letzte wander tour der wind geht und meine hose ist noch nass und jetzt natürlich richtig schön kalt von gestern beide trekkingsockepaare sind mittlerweile nass geworden ich wünsche nicht mal meinem ärgsten feind morgens in den nasse kalte hohe und nass kalte socken reinzugehen ekelhaftes gefühl ganz widerlich man kommt so aus dem schlafsack raus wärme geborgenheit und dann geht man da rein naja ich muss sagen das apfelzeug finde ich tatsächlich am besten und als frühstück begeistert es mich auf jeden fall also abends hätte würde ich mir doch lieber ein paar würstchen lecker warm machen aber so um morgens damit durch zu starten so ein bisschen trinkmüsli fast ist das nur irgendwie bio und mit allem drin was man halt so brauche finde ich ganz gut ja habe mich bis jetzt überzeugt als frühstück auf jeden fall zum glück regnet oder schneit es nicht jetzt beim losgehen ich habe jetzt langsam alles gepackt da seht ihr meinen vollgepackten rucksack vorne dran mit der dicken isomatte top ja der kann man echt nichts falsch machen könnte ein bisschen bequemer sein aber so ist das ja bei schaumstoffmatten mein filmzeug dass die bertrand bottle mit gut festgezogenen lasten kontrollriemen und ja dann würde ich sagen wandern wir doch mal die strecke zum bahnhof ja dann ist die tour schon fast wieder vorbei aber für das letzte stück nehme ich natürlich wieder mit ja ihr seht es wahrscheinlich am schneestand ich komme tiefer und gleichzeitig sinkt auch die höhe des schnees also jetzt sieht man schon wieder grünen waldboden durchblitzen während vor ja keine ahnung hatte ich losgewandert bin da hast du den waldboden nicht mehr gesehen aber auf keinsten da stand sie bis über den knöcheln im schnee drin ja man merkt dass ich sozusagen gerade ins tal wandere die tour hat mir bis jetzt mega spaß gemacht muss ich sagen auch wenn sie mich das wetter völlig überrascht hat und sei mir ehrlich auch ein bisschen überfordert hat hier und da aber insgesamt hat das total spaß gemacht sozusagen mich mit der natur zu messen und vor allem mal wieder ein bisschen natur zu erleben ich merke nur eine sache immer wieder und das ist wenn ich im winter rausgehen nervt es mich dass abends so früh dunkel ist und dass ich dann sozusagen ja ich habe ein bisschen langeweide fast ja ich kann er also holz gebetoniert und ein tee gekocht das dauert eine stunde wenn ich mir zeit dabei lasse ja und was mache ich damit den restlichen sechs stunden im dunkeln ja so viel lesen oder filme gucken oder so kann ich gar nicht das ist ein bisschen langweilig da muss ich mir mal irgendwie was überlegen oder halt nur noch rausgehen wenn es halt erst nach 19 uhr dunkel wird oder so ja also zumindest so auf längere touren da müssen wir mal gucken na ja ich wandte erstmal weiter da müssen wir mal gucken da müssen wir mal gucken da müssen wir mal gucken so meine lieben freunde an dieser stelle endet dann die tour auch schon wieder ich komme wieder langsam mehr so in zivilisierte gebiete und ja da gibt es ja nichts schönes mehr zu filmen ich wollte dann an dieser stelle schon mal tschüss zu euch sagen die tour fand ich geil hat mir aber auch ziemlich viel kräfte abverlangt und hat mich einiges gelehrt also an der ausrüstung und am verhalten und sowas muss ich ein paar dinge ändern ja würde ich sagen auf jeden fall für die nächste tour dann ordentlich was mitgenommen und deshalb habe ich damit auch überhaupt kein problem und ja wenn dir das video gefallen hat dann lass mir doch ein like da abonnieren möchte dann verpasst du die nächste winter tour auf keinen fall und wir sehen uns dann beim nächsten video bis dahin tschüss tschüss